ElektroStar wurde 1921 gegründet als eine der ersten Fabriken für die Produktion von hochwertigen Staubsaugern und elektrischen Haushaltsgeräten. Der Firmengründer Robert Schöttle Senior erfindet den elektrischen Warmlufthände und Haartrockner. Die erste schnell laufende Küchenmaschine erobert den Markt. Der Markenname Starmix ist geboren. Die Verkäufe steigen rasch und ElektroStar mit seinen innovativen Haushaltsgeräten wird Teil des sogenannten deutschen Wirtschaftswunders. ElektroStar dehnt den erfolgreichen Export weiter aus und gründet ein Joint Venture in Beijing, China. Roman Gorowoy und seine Algo-Firmengruppe wird wichtiger strategischer Partner in Osteuropa und übernimmt 2007 alle Geschäftsanteile. 2008 wird die Firma wieder in die ElektroStar GmbH umbenannt. Die Algo-Gruppe übernimmt die Haargar Care Systeme GmbH und erweitert dadurch das Produktangebot durch innovative und hochwertige Caremaschinen. ElektroStar startet eine breite Produktoffensive im Staubsaugersegment. Neu aufgestellt präsentiert sich Starmix erfolgreich und fortschrittlich mit weiter verstärktem Fokus auf die Kundenbedürfnisse. Der Umsatz klettert von 19 Millionen Euro in 2005 auf 35 Millionen Euro im Jahr 2016. Heute ist ElektroStar mit selbstständigen Verkaufsorganisationen in Deutschland, Russland und China mehr als 130 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 35 Millionen Euro der marktführende Hersteller von professionellen Hochleistungsstaubsaugern, Technologieführer in handbetriebenen Caremaschinen und als Erfinder bedeutender Hersteller und Marktführer von Heißluft, Hände und Haartrocknern. Unsere strategische Ausrichtung beruht auf profitablem Wachstum, gestützt auf eine kundenorientierte Organisation. Zahlreiche strategische Projekte befähigen uns weit vorauszublicken und unsere Zukunft nachhaltig zu gestalten. Unsere Vision ist klar, leichter, besser und gesünder arbeiten. Mit unserem Know-how aus der Luft-, Care- und Reinigungstechnik und unserem anwendungsorientierten Produktdesign erstellen wir hochwertige Arbeitsgeräte für die Bereiche Reinigung, Handwerk und Sanitär. Weil wir unsere Kunden genau verstehen, wissen wir alles über ihre tägliche Arbeit. Damit bieten wir Lösungen an, die wirklich helfen. Made in Germany. Made for you. Starmix.